Am 16. August 1896 fanden der amerikanische Goldsucher George Carmack, seine indianische Frau Kate, deren Bruders Kukum Jim sowie dessen Freund Dawson Charlie beim Kaffeewasserholen am Rabbit Creek, einem Nebenfluss des Glondike, dicke Goldnuggets. Was darauf folgte, war der größte Goldrausch aller Zeiten. Es dauerte praktisch ein gesamtes Jahr, bis die Kunde vom sagenhaften Goldfund in Seattle ankam und wieder um ein Jahr, bis die ersten Glücksritter dann den Klondike erreichten. Der schnellste, billigste, aber auch härteste Weg für die Goldsucher führte mit dem Schiff durch die Inside-Passage nach Skagway und von dort aus zu Fuß über die berühmt-berüchtigten Himmelstreppen des Chilgut-Passes. Einfach war das nicht. Der 53 Kilometer lange Fußweg über den über 1000 Meter hohen Pass musste auf 30 bis 40 Mal gegangen werden, da oben am Berg die Royal Canadian Mounted Police darauf achtete, dass jede Person Lebensmittel und Ausrüstung für ein gesamtes Jahr in den Yukon mitbrachte. Noch heute finden sich überall im Yukon Überbleibsel aus jener Zeit. Vieles ist Nationaldenkmal. Ganz Daußen City ist ein lebendes Museum, das sich in den letzten 125 Jahren nicht verändert hat. Die Straßen sind nach wie vor unbefestigt und die Gehwege aus Holz. Da zieht man auch noch die wellenartigen Steinhaufen, überbleibselter Schaufelradpacker. Übrigens, der größte damals gebaute, die Dretsch Nummer 4, ist noch im Bonanza-Krieg zu bestaunen. Gebaut von den Guggenheims und den Rothschilds hat das Ding damals zu Hochzeiten sagenhafte 800 Unzen Gold am Tag gefordert. Das sind 22,5 Kilo. Das sind 22,5 Kilo.